Es könnte eines der teuersten Wochenenden aller Zeiten werden. Mindestens 130 Millionen Euro für knapp 24 Stunden, wenn sich am Sonntag die mächtigsten Politiker der Welt zum G7-Gipfel treffen. In diesem exklusiven Wellness-Schlosshotel im bayerischen Elmau an der Grenze zu Tirol. Insgesamt 19.000 Polizisten sollen die Politiker gegen Anschläge und gegen Demonstranten schützen. Heute haben Gipfelgegner ein Protestcamp aufgebaut, das ihnen erst gestern genehmigt wurde, allerdings fast 20 Kilometer entfernt. Das Hotelgelände ist seit Wochen abgeriegelt, aber Georgia Guillaume war noch vor dem Gipfel im Schloss. Es ist der hinterste Winkel in Bayern. Hier in Kron bei Garmisch treffen sich Angela Merkel, Barack Obama und die anderen Chefs der G7-Staaten auf Schloss Elmau. Seit einem Jahr bereitet man sich hier auf diese 24 Stunden Weltpolitik vor. Jetzt kommen die Vorbereitungen in die heiße Endphase. Längst ist nicht alles geklärt. Es gibt unendliche Diskussionen darüber, wie viele Leute kommen, wo wer wohnt, wo welche Veranstaltung stattfindet, wo welches Foto gemacht wird. Endlose Fragen. Die wichtigste allerdings ist die Frage der Sicherheit. Natürlich ist die große Unsicherheit, die jetzt noch bleibt, ist, wie viele Demonstranten werden kommen und wo werden die schlafen, wo werden die campen. Und solche Fragen beschäftigen jetzt die Bürger hier in der Region. Die Angst vor Szenen wie diesen, wie vor ein paar Wochen bei der Einweihung der Europäischen Zentralbank in Frankfurt, sie ist da und auch die vor Terroristen. Aber uns hier oben weniger, weil wir gehen nicht davon aus, dass hier auch nur ein einziger Demonstrant in das Tal kommt. Denn hier herein führt nur eine einzige Straße. Ansonsten gibt es nur kilometerweit Wald, Wiesen und Berge. Straßen und Wege sind bereits eingezäunt, Gullideckel gesichert und die Polizei patrouilliert im Minutentakt um die noble Unterkunft, die von außen langsam mehr wie ein Gefängnis wirkt. Ein zweites Wassersystem gibt es, eine zweite Gasleitung und einen neuen asphaltierten Hubschrauberlandeplatz. Umweltschützer sorgen sich um die heimischen Tiere. Die Gemeinde verspricht, alles wird nach dem Gipfel zurückgebaut. Für so einen Gipfel kann man sich als Ausrichter übrigens nicht bewerben, erzählt der Schlossbesitzer. Doch gute Kontakte helfen. Wenn die sich melden, das ist ja streng geheim in Deutschland, dann sagen die nicht G7 oder G8. Und da ruft auch nicht jemand von der Bundesregierung an, hat mich ein Freund angerufen, der von der Bundesregierung beauftragt worden ist, damit ich keinen Verdacht schöpfe, um was es geht. Und freue mich natürlich wahnsinnig, ist eine große Ehre, ist eine riesige Auszeichnung für Schloss Elmau, für die Mitarbeiter in Schloss Elmau, was Aufregendes gibt es nicht. Nicht ohne Stolz öffnet der Concierge die Tür der edlen Suite für den hohen Besuch. Ausgestattet mit teuren Details, unbezahlbar die Aussicht. Die wichtigsten Politiker der Welt im Haus zu haben, gerade aus Deutschland die Frau Merkel oder Herrn Obama aus den USA, ist natürlich eine Sache, die man wahrscheinlich nur einmal im Leben hat. Angela Merkel hat die Suite bereits bei einer Stippvisite besichtigt und, erzählt der Schlossherr, gefallen bekundet.